Als Seniorin mache ich sehr gerne Ausflüge und dabei benutze ich sehr gerne den Bus und die Bahn, da die Mobilität in Südtirol wirklich sehr gut funktioniert. Dabei ist die Suche der Fahrpläne am Computer oder am Handy sehr praktisch und einfach. Auf der Internetseite Südtirol Mobil gibt man den Startpunkt, das Ausflugsziel, den gewünschten Tag und die Uhrzeit ein und schon bekommt man alle Informationen. Außerdem gibt es auch die App Südtirol Mobil, welche man aufs Tablet oder Mobiltelefon laden kann. Man öffnet die App, gibt die erforderlichen Daten ein und wieder erhalten wir alle gewünschten Informationen. Bei der digitalen Fahrplansuche scheinen außerdem alle aktualisierten Neuerungen auf, zum Beispiel neue Bus- oder Zugfahrten, Haltestellen, welche vorübergehend nicht angefahren werden können und so weiter. Deshalb kann ich die digitale Benutzung der Fahrpläne allen Senioren nur weiterempfehlen.